Ich bin Sunay Kazazi, ich bin Karosserie-Spenngler, bei dem wir frei in Zahverwein. Im Beruf als Karosserie-Spenngler wird man die Autos ausbülen und zum Beispiel auch die Scheiben wechseln. Man hat nie den gleichen Schaden. Man hat eigentlich immer etwas Neues, das man machen kann. Für den Beruf als Karosserie-Spenngler muss man ein gutes Vorstellungsvermögen haben. Man muss genau arbeiten, exakt, und später gehen. Die Kollegen von mir denken, ich fahre die ganze Zeit Auto. Ich würde die Lehrerin frei empfehlen, weil es eine schöne Werkstatt, eine relativ neue Werkstatt. Man hat jenes Werkzeug, das man braucht, alles eigentlich. Und das Team ist super. Man hat auch coole Leute zu tun. Man hat mit sehr teuer Alters zu tun. Und das ist manchmal auch eine Freude daran, zu arbeiten zu können. Deine Frau, meine Frau. Man hat auch mein Schaden. Die Frau, meine Frau. Ich bin Gott, mein Schaden.